War die ultimative Forderung von Wladimir Putin nach einer Umstellung der Bezahlung von russischem Gas nur noch auf Rubel ein Bluff? Eigentlich eine ganz schwache Karte, die er versucht hat hier auszuspielen. Dieser Frage wollen wir uns jetzt mal widmen und uns angucken, was den vermeintlichen Rückzieher von Putin ausgelöst haben dürfte. Es ist ein ungemein spannendes und weitreichendes Feld, deswegen gleich in Medios Res, wir wollen uns die Dinge mal anschauen. Es hat chronologisch angefangen heute mit dem Notfallplan Gas von Wirtschaftsminister Habeck, der heute früh vor die Presse getreten ist. Ein Freund von mir hat gesagt, also wenn man den gesehen hat, dann sah der aus, als hätte der die ganze Nacht durchgeheult. Jedenfalls Notfallplan Gas, Frühwarnstufe, es gibt drei Stufen, das ist jetzt die erste Stufe. Also ist das Problem so ein bisschen bei der Bundesregierung angekommen, hat man das Gefühl. Dazu kommen dann Aussagen wie heute Nachmittag etwa von BASF, die gesagt haben, also wenn wir jetzt nur noch die Hälfte des Gases hätten, was wir derzeit brauchen, dann müssten wir komplett unsere Produktion einstellen. Und BASF ist ja jetzt nicht so wirklich klein, ist der größte Chemiekonzern der Welt. Also da sieht man, das geht nicht nur um, sind wir bereit zu frieren für die Ukraine, wie der ehemalige Bundespräsident Gauch gesagt hat, sondern es geht um den Ausfall ganzer Industrien, systemrelevanter Industrien, wenn man so will. Also das ist eine Dimension, die natürlich mit diesem Frieren nicht alleine umschrieben ist, aber richtig ist mit dem Frieren. Eigentlich sollen die Deutschen nicht frieren. Deswegen ist gesetzlich festgelegt, dass eben, wenn Gasknappheit herrscht, erstmal die Haushalte versorgt werden und systemrelevante Industrien, andere Industrien oder andere Firmen eben nicht. Und das macht diese ganze Dynamik dieser Situation auch schlichtweg aus. Aber dann die Meldung aus dem Kreml, Ruble Payments für Gas werden einige Zeit brauchen, um sozusagen wirksam zu werden. Also, Klartext, nicht sofort. Das wird noch dauern, dabei hatte Putin doch gesagt, also bis Mittwoch will ich hier klar die Vorschläge haben. Und es klang alles so, als würde das unmittelbar eintreten, wenn der Westen dann nicht bereit wäre, in Rubel zu bezahlen. Dann Lieferstopp Gas, wir also ohne russisches Gas. Dann kam die Erklärung vom Präsidialamt in Moskau. Da hat man gesagt, ja, also das wird nicht unmittelbar umgesetzt. Aber generell habe der Dollar als weltweite Reservewährung ausgedient. Daher seien Bezahlungen in den jeweiligen Landeswährungen unvermeidbar, so heißt es da. Also nochmal eine Attacke auf den US-Dollar, die so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen ablenken. Aber es ist vielleicht nicht so eine starke Karte, die Putin hier spielt. Jetzt hat man dann auch inzwischen gesagt, man würde dann, wenn das Ganze auf Rubel umgestellt wird, die Preise genauso belassen wie vorher. Naja, okay. Aber schauen wir uns mal an. Es gibt ja verschiedene Auffassungen jetzt, wie die Dinge sich eigentlich darstellen. Ist das ein Zeichen von Stärke von Putin? Ist das ein Zeichen von Schwäche von Putin? Denn ein wichtiger Punkt ist, dass Russland eine wichtige Karte hat, nämlich die lautet nicht Gas, sondern Getreide, andere Rohstoffe. Denn bei Gas gibt es ein riesiges technisches Problem, worum man wahrscheinlich nicht einfach aufhören kann, jetzt kein Gas mehr nach Europa etwa zu liefern. Bei Getreide und anderen Rohstoffen ist dieses Problem aber nicht vorhanden. Und da kann ich sagen, okay, wenn die nicht bereit sind, in Rubel zu bezahlen, und das ist ja auch die erweiterte Forderung jetzt, auch eben Getreide, Mineraldünger, dann werden andere das nehmen. Und die werden das nehmen und die zahlen auch gerne in Rubel. Da werden sich Leute auf der Welt finden. Denn jetzt hat Putin jetzt nochmal gesagt, okay, ich werde jetzt erstmal zu Vorschlägen noch, werde ich mir anhören in Sachen Gas. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist jetzt nach meiner Auffassung, dass Russland hier eine starke Karte hat, mit dem Gas eine schwache Karte eigentlich, eine starke Karte bei Dünger und vor allem Getreide, eine schwache Karte auf der Hand als Pokerspieler in Sachen Gas. Warum ist das so? Hier zunächst mal jetzt diese verschiedenen Auffassungen. Da gibt es ja Leute, die sagen, also extrem cooler Masterplan von Putin, der wird praktisch so eine Art Golddeckung des Rubel machen und wer da nicht mitmacht, der kriegt keine Rohstoffe mehr, der ist dann praktisch weg vom Fenster. Damit wird die Leitwährung Dollar angeschossen, weggeschossen, das ist der Game Changer schlechthin. The Wolf of Gas, wie in dieser Grafik hier gezeigt. Oder es gibt dann die andere Seite, etwa Norbert Röttgen, der in der Atlantikbrücke ja aktiv ist und sicherlich sehr US-affin ist, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Der sagt, Putin knickt ein, das zeigt, dass er die Devisen aus dem A-Öl- und Gasgeschäft braucht. Genau das bestreitet die Bundesregierung, aber seit Wochen mit unseren Energieimporten stabilisieren wir Putins System und verlängern damit den Krieg gegen die Ukraine. Stimmt das? Naja, also zunächst mal hat ja Putin sehr, sehr viele Reserven. Russland hat ja seit Jahren einen Haushaltsüberschuss, man nimmt also mehr Geld ein, als man ausgibt. Da gibt es nicht allzu viele Länder auf der Welt, die das hinkriegen. Das heißt, selbst wenn Putin jetzt keine Gaseinnahmen mehr hätte, könnte er diesen Krieg finanziell noch ziemlich lange fortsetzen. Die russische Notenbank kann ja Rubel drucken, so viel sie will und damit die Soldaten bezahlen. Möglicherweise auch Waffen kaufen, weil man ja auch eine eigene Waffenindustrie hat. Also das scheint mir ein bisschen verkürzt. Aber entscheidend ist, glaube ich, ein ganz anderes Argument und das sehen Sie hier. Warum das eine schwache Karte eigentlich ist. Und der Grund ist, dass seit Jahrzehnten ja Russland Europa beliefert mit diesem Gas. Und das bedeutet, dass die gesamte Infrastruktur bei der Gasförderung auf den Westen ausgerichtet ist, auf Pipelines ausgerichtet ist, die in den Westen gehen. Hier sehen wir mal diese Pipelines von Norden, von der Mitte Russlands bis hin in den Süden Russlands, wie die sozusagen weitgehend über Polen, teilweise auch durch die Ukraine, nach Deutschland führen. Okay, jetzt ist eben die Frage, wie kann das gehen, dass man jetzt einfach mal abstoppt. Einfach sagt, ja okay, dann liefern wir kein Gas mehr in den Westen. Jetzt hat immerhin schon Putin und Scholz eine Art Übereinkunft getroffen, dass man über Rubelzahlungen sprechen werde. Das heißt nicht, dass Deutschland bereit ist, den Rubel zu zahlen, man wird darüber sprechen. Also eine Art Deeskalation, könnte man sagen, auch von der westlichen Seite, wenn man will. Aber Putin hat eben das riesige Problem und das sehen wir hier. Diese Gasfelder sind in der Regel im Norden Russlands und im Westen Russlands. Also Westsibirien, Nordsibirien und die ganze Infrastruktur ist eben darauf ausgelegt, dieser Pipelines in den Westen zu führen, über Polen nach Deutschland zu führen. Jetzt gibt es natürlich auch Pipelines in Richtung China. Genauer gesagt, eine einzige große. Das bedeutet, wenn dieses Gas nicht abtransportiert werden kann, was mache ich mit dem Gas? Ich könnte das umleiten über große, große Umwege durch die Pipelines, um dann irgendwann dieses Gas nach China zu transportieren. Jetzt aber, wir setzen sich mal in die Lage von China, wenn China jetzt zum Beispiel weiß, okay, der Westen nimmt jetzt kein russisches Gas mehr ab. Wir sind also praktisch diejenigen, auf die Putin jetzt komplett angewiesen ist. Das bedeutet, wir zahlen mal einen etwas niedrigeren Preis. Wir dampen also den Preis. Wir sind zwar sehr, wir haben sehr viele Sympathien mit Putin, aber wir sind uns selbst der Nichtze. Also wir wollen da einen saftigen Discount haben für dieses russische Gas, wenn wir als Chinesen das kaufen. Jetzt hat Putin, haben die Russen das Problem, dass dieses Gas tausende von Kilometern umgeleitet werden müsste, dass die Kapazitäten teilweise gar nicht da sind, um das durch diese wenigen Pipelines, die von Russland nach China führen, überhaupt durchleiten zu können. Und das bedeutet, dass der Transport, dass die Kosten für die Russen extrem steigen würden für dieses Gas, während die Chinesen wahrscheinlich sagen würden, wir bezahlen aber weniger. Dann kann Putin es also gleich lassen, könnte man sagen. Und dann kann er dieses Gas gleich in den Himmel verdampfen lassen. Also das ist ein Riesenproblem. Wir haben jetzt schon bei Öl gesehen, dass der maßgebliche russische Raffineriebetreiber sagt, ich nehme kein Öl mehr an von anderen russischen Firmen, weil schlichtweg eben die Westler weniger Öl kaufen. Dadurch ist das praktisch eine Geschichte, die ich gar nicht anders handhaben kann, als jetzt erstmal den Input von neuem Öl in meine Raffinerie zu stoppen. Und ähnlich ist das eben auch beim Gas. Das heißt, hier sehen wir, hat Putin eine sehr, sehr schwache Hand. Und nicht zufällig ist offenkundig jetzt diese Relativierung erfolgt. Warum sozusagen er jetzt nicht sofort die Reißleine zieht und sagt, kein Gas mehr für den Westen. Aber es gibt ein anderes Argument, wie ich vorhin schon angedeutet habe. Und das ist Weizen, das sind Düngermittel. Da hat er ja heute Morgen schon Kommersante berichtet, diese russische Business-Zeitung. Man könnte darauf bestehen, dass jetzt eben diese Produkte, diese Agrarstoffe, nur noch in Rubel bezahlt werden oder diese Düngermittel. Und Russland ist ein maßgeblicher Hersteller von Düngermitteln. Und diese Düngermittel sind für die Landwirtschaft extrem wichtig, steigern die Produktion durchschnittlich um 40 Prozent. Also das ist eine starke Hand, denn er wird Abnehmer finden für sein Getreide und für sein Düngermittel, ob in Rubel oder nicht. Er wird sie finden, auch in Rubel. Und dementsprechend hat er hier ein starkes Blatt auf seiner Pokerhand. Und wir sehen jetzt schon mal erste Folgewirkungen, zum Beispiel hier ein Bericht in der Agrarhäute, da heißt es, Futterknappheit, Biotierhalter müssen eventuell konventionell füttern. Die können also kein Bio-Futter mehr verfüttern, schlichtweg, weil eben die Düngermittel fehlen und eben jetzt die Produktion deutlich zurückgeht, auch der deutschen Landwirtschaft. Heute ein Hinweis von einem Freund, der gesagt hat, also ich habe hier jemanden, der dort arbeitet in der Futtermittelindustrie und die haben jetzt die Leute teilweise erst mal nach Hause geschickt, weil sie schlichtweg nichts haben, also weil wir Futterknappheit haben, Tierfutter, Taubenfutter, aber vor allem Hundefutter könnte ein Riesenthema sein, für Hundebesitzer ein wichtiger Punkt. Und jetzt geht das Ganze aber weiter. Warum ist eigentlich Diesel so teuer, könnte man sich fragen, weil die Leute alle Heizöl bunkern. Ja, das ist ein Faktor, aber ein entscheidender Faktor ist, dass mit Gas der Schwefel aus dem Diesel rausgezogen wird. Mit Schwefel kann man das nicht verwenden, also war es bisher sehr günstig, mit Gasenergie eben diesen Schwefel zu trennen vom Diesel. Und dieses Gas ist eben extrem teuer, weswegen der Diesel derzeit auch so teuer ist. Also wir sehen, es hängt alles mit allem zusammen. Die Dinge sind unglaublich komplex. Aber eins ist klar, die Inflation geht hier zu Lande nach oben. Vielmehr könnte man von einer Stagflation oder Schrumpflation, ich hatte ja neulich ja mal aufgerufen, hier bestimmte Begriffe vorzuschlagen. Und da waren es eher sehr viele Gute dabei. Stagflation rückt in großen Schritten näher. Neue Zahlen der Wirtschaftsweisen, der deutschen Wirtschaftsweisen, die zeigen, dass das IFO-Institut heute mit der Warnung, immer mehr Firmen wollen ihre Preise erhöhen. IFO dann auch mit der Meldung, rechnen sie mit stark steigenden Preisen, vor allem bei Lebensmitteln, bei Konsumgütern, Nahrungsmittelgütern dürften die Preise massiv steigen. Also wir sind so oder so betroffen. Und jetzt haben wir heute die deutschen Verbraucherpreise gesehen. 7,3 Prozent. Deutlich höher wieder mal als erwartet. Die Inflation steigt also deutlich weiter. Hier unten sehen wir im Chart, das ist Viagra oder Bitcoin 2017. Und ein deutscher Regierungsberater hat gesagt, also die Inflation könnte zweistellig werden bald. Dann ein angelsächsischer Kommentator, Übersetzung, Deutsche lieben Hyperinflation. Wir sind da ja so ein bisschen geschädigt durch diese Inflation Anfang der 20er Jahre. Also das könnte so durchaus ein kollektives Trauma wieder hervorrufen. Diese Hyperinflation hat die deutsche Gesellschaft massiv destabilisiert, wie Stefan Zweig damals gesagt hat, Hitlerreif gemacht. Denn da haben viele Leute sehr, sehr viel verloren. Hitler kam dann später erst an die Macht nach der Deflation. Aber das war sozusagen die geistige Voraussetzung mit dem Vertrag von Versailles, die dann diesen Auftrieb gegeben hatte für den Rechtsradikalismus in Deutschland. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg etwa, da war es so, dass Deutschland kaputt war. Da war klar, dieser Krieg ist verloren. Als aber im Ersten Weltkrieg Deutschland kapitulierte, standen deutsche Truppen noch tief in Frankreich. Und plötzlich sollte der Krieg vorbei sein, dann kam sofort die Idee, nein, das ist nicht das deutsche Militär, das besiegt ist. Faktisch war es so, dass die Deutschen mit ihren Versorgungslinien am Ende waren. Die waren nicht mehr in der Lage, das Militär zu versorgen. Aber dann kam eben die Deutschstoßlegende. Also es waren die Sozialisten, es war die Heimatfront, die sozusagen dem Militär den Dolch in den Rücken gestoßen haben. Also wie auch immer, kleiner historischer Ausflug. Aber jedenfalls sehen wir hier die Inflation massiv hoch. Und Holger Cepic weist darauf hin, dass die Inflation jetzt bei 7,3 Prozent zuletzt so hoch war im November 1981. Damals aber hatte die Bundesbank einen Zinssatz von 11,4 Prozent, halten Sie sich fest. Und jetzt haben wir einen Zinssatz von, raten Sie mal, Null. Stimmt, genau. Und das heißt, wir haben eine immens effektive Inflationsbekämpfung, die derzeit der Fall ist. Aber gehen wir weiter. Heute Ernüchterung an den Märkten, weil einfach klar wird, dass hier von einem Waffenstillstand erstmal überhaupt nicht die Rede sein kann. Wir sehen Aussagen von Zelensky, wir sehen Aussagen aus dem Kreml. Und dann gibt es noch die Verhandler auf ukrainischer Seite und russischer Seite, die sich ja gestern in der Türkei getroffen haben. Die klingen ein bisschen optimistischer, aber die Bosse sozusagen sind pessimistischer oder weniger bereit, offenkundig hier weitere Kompromisse zu schließen. Dann auch die Meldung, dass Russland vor allem sich jetzt auf den Donbass konzentriert und hier die finale Übernahme offenkundig vorbereitet. Man habe in Kiew seine Ziele erreicht. Jetzt will auch Süd-Ossetien, Georgien, einst Georgien, will sich hier anschließen direkt an Russland. Also wir sehen, dass sozusagen jetzt hier diese Basalenstaaten, die Russophil waren, jetzt offenkundig gleicher Teil Russlands werden wollen. Jetzt kommen wir noch abschließend zu den Märkten und der FED. Hier gibt es jetzt Berichte, Gerüchte könnte man sagen, dass die FED möglicherweise schon vor dem Mai eine Zinserhebung von 50 Basispunkten, also ein halbes Prozent machen wird. Barkin heute mit interessanten Aussagen. Wir werden die Balance Sheet, die Bilanzsumme so stark schrumpfen, dass wir dann irgendwann auf zwei Prozent Inflation kommen. Das ist eine interessante Aussage. Und wenn wir uns jetzt mal die Märkte anschauen, nämlich die Wall Street, dann sehen wir, dass der WIX jetzt zehn Tage hintereinander verloren hat. Nämlich, dass er zehn Tage hintereinander jetzt unter seinem Zehn-Tages-Durchschnitt gehandelt hat. Das gab es so noch nie. Wir hatten vorher nur drei Situationen, dass das passiert ist. Also die Volatilität, das war im Jahr 2016 und 2020, nach den US-Wahlen. Also schon etwas Außergewöhnliches, was da passiert ist. Und Sven Henrik hatte am 10. März diese obere Grafik gepostet, so als Idee, wie der Markt laufen könnte. Wir waren damals überverkauft. Und da sagt er, da könnten wir jetzt eine Rallye sehen. Genau die ist gekommen, wie wir im unteren Chart gesehen haben. Aber geht es jetzt so weiter, wie er als Idee entwickelt hat? Weiß natürlich keiner, wie es weitergeht. Geht es so weiter, wie er da gezeigt hat? Große Frage. Wir werden sehen, jedenfalls zwei Artikel, die ich Ihnen jetzt anempfehlen möchte. Erstens, Rohstoffe gegen Rubel, was das für die Weltleitwährung US-Dollar bedeuten würde, unter dem Video verlinkt. Und zweitens, ein Artikel von mir, Christine Lagarde, die heute eine seltsame Rede gehalten hat auf Zypern, in dem sie diese Whatever-It-Takes-Analogie von Mario Draghi bedient hat, aber das auf die Inflation bezogen hat, während Draghi 2012 ja damit den Euro retten wollte und er war damit erfolgreich, war wahrscheinlich die wichtigste Finanzrede der letzten Jahrzehnte. Und jetzt hat Madame Lagarde das Gleiche versucht, Whatever-It-Takes-Werden wir die Preisstabilität versuchen zu sichern. Sie war extrem erfolgreich, die Madame Lagarde bisher, und man hat den Eindruck, sie wird noch erfolgreicher in nächster Zeit. Also, diese zwei Artikel unter dem Video. Ich sage jetzt Servus und Ciao.